Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Blade von Nox105. Mit dabei ist wieder unser Freund Oka. Ja genau. Wie ihr es vielleicht auch schon hört, habe ich mir ein neues Mikro gekauft. Es ist so ziemlich fast dasselbe, wie umgespielt hat. Und diesmal gehen wir in die Höhle mit 38 Fackeln und wünschen uns einen guten Tod. Alles klar, dann fange ich an. Ja, Fackeln. Hoffentlich das Beste. Deine Spitzhacke hält noch ein bisschen. Ja, ich habe so glaube ich noch eine zweite. Erstmal Fackeln ey. Fackeln, sonst kommen Monster. Ich war immer erst auf dem Rückweg ab. Und hier sieht man wieder meine Multi-Minecraft-Talente. Ja. Ich bin der allerbeste Gamer in Minecraft. So Leute, bald werden auch wieder Let's Plays von unserem geilen neuen Server kommen. Ja, Alter. Er ist besser als die anderen Zähne. Jetzt, Fackeln, 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 Fackeln. Fackeln das noch um, das ist ja nicht. Ja, man sieht's, man sieht's. Ich bin, ich bin total gut. So. Vielleicht erstmal die anderen Sachen. Ja, egal, als Fackeln. So, das Backtikraten ein bisschen. Geh in die andere Richtung, da geht's hoch. Tiefer ist immer besser. Ja, tiefer ist immer besser. Oh, ich dachte, dass wir in dir erst. Ich dachte, das wären Dias. Ja, das war's gewesen. Huu. Aua. epischer Sprung. Oh, noch nicht. Rechen. Ich mag eiseln. Ich mag eiseln. Eiseln bringt, so davon kann man sich ein Schwert machen. Ja, und dein Brust. Lass aber erstmal einen Eisenbrustpanzer unten ein Schwert machen und mehr nicht. Lass erstmal, lass erstmal auch Schwert gehen. Setz, Fackeln, sonst kann man, sonst kann man da. Oh, Rathus, Leute, weißt du, was ich... Was machst du aus? Ja, das meinst du nicht. Äh, normal... Easy, easy. Okay. Sorry, ich bin da zu stumm. Ja, jetzt hab ich irgendwie mehr Angst. Ja? Aber bei Outlast hab ich noch mehr Angst. Ich trau mich nicht mal mehr alleine auf. Doch, das schon. Aber ich hab Angst, dass eine Hand aus der Toilette kommt. Achso, und Leute, ich rate euch, macht nie eine Übernachtungsparty bei euch zu Hause. Ah, ah, ah! Das ist ein normales Spiel. Ich dachte, ich gucke zu viel Outlast. Ich gucke zu viel Outlast, Let's Plays. Ich hasse dieses Spiel. Ich hasse, spring da runter. Entschuldigung. So, ich stelle mich mutig. Jetzt, ich spiele zu viel Oblivion. Ich stelle mich mutig. Den verfickten Skelett. Stirb, stirb, stirb. Aber... Ich guck ihn nicht an. Ich guck dich nicht an. Tipp an. Der greift mich nicht an, ne? Solange ich ihn nicht angucke. Ich wette, jetzt stellt er sich mit Absicht vor mich, aber ich will ihn angucken. Komm her. Fick dich. Fick dich. Was ist der Pussy, ey? Komm her. Der hat Angst vor mir, ey. Ich glaube, du hast mehr Angst vor dem als der Pussy. Nein, ich habe keine Angst vor anderen Menschen. Ich habe am meisten Angst vor Skeletten. Ja, ich habe am meisten Angst vor Kriegern. Ich habe am meisten Angst vor Riches. Was geht? Was geht? Okay, ich will ein bisschen nicht gestalt. Oh, oh, die Außenwelt. Äh, ich will die Fackel setzen. Die Außenwelt. Geh mal da runter, das sieht tief aus. Tief ist immer gut. Tief ist immer gut, sagt er nur. Wenn das denn noch stimmt. Das nix noch so eine, was macht so eine halbe Stunde. Hallo? Ein richtig geiler. Du siehst dich da, der Fackel verschwinde. Du weißt, was du denn? Ja. Steinschweck in die Höhle. Das ist hier die nächste, ne? Ja, das ist noch eine halbe Stunde. Abschweiber, nimm mal die Kohle nicht. Ein bisschen Kohle kann ich haben. Kohle schade ich nie. Alter! Was soll das denn? Bist du nicht auf Beschäftigt gegangen? Nein, sorry. Ist jetzt egal. Nee, warte mal. Nein, mach jetzt nicht, mach jetzt nicht. Doch. Nein. Ich mache. Nein, die auf Beschäftigt. Beschäftigt, so. Okay, Samy, Leute, das war der, der Nervige, der, 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 der Kripper. Das mal. Oh, Hörlchen. Oh, Hörlchen. Ja, sonst mache ich ihn noch mal. Und vor noch ein paar Stückchen. Dann wäre genug. Ja. Ja, vielleicht mal ganz klar die Feuerwehr. So, dann hätten wir vielleicht Feuerwehr machen sollen. Mach immer kein Holz. Das ist Kabel? Ja, das ist Kabel. Das dürfte wird mal reichen, ne? Ich baue den hier mit ab. Mit dem Pfeil? Ja. Geil. Du hast noch den Pfeil, so schrumpf. Ey, ja, dann geh mal weiter ein, dass ich mich hier auskomme. Okay. Ich bin jetzt in der Blivin, jetzt in der Nähe von Skyrim. Das ist lustig. Und da liegt überall Schnee. Und ich hab zwei Wölfe gebäht. Und die waren sehr böse. Ich traue. Ich weiß nur, schwarze Wölfe. Hallo, die Lärm. Stimmt, fick dich. Ich schieße dich an, das sieht sich an, das ist mein Fackel. Nein. Das ist mein Fackel. Gibt es eigentlich auch Andermans-Borner? Das wäre lustig. Ja, ich glaube, es gibt es aber nicht. Hallo, ich bin jetzt. Ah! Nur zwei. Dumm. Das ist Eisen. Ja, ich weiß, ich hab's gesehen. Wir müssen gleich zurückgehen. Ach, so, wir haben ja cool. Setz erstmal, setz erstmal vorne eine Fackel. Setz erstmal, geh erst ein Stück weiter. Das ist ein Stück weiter. Ja. Und jetzt musst du das? Ich weiß, ich weiß, wie man Fackel macht. Noch mal ein paar mehr. Noch mehr, Alter. Mach einfach alle. So. So schlau. So schlau, ey. Oh, Eisen. Erst weiter gehen. Alter, wie billig ist deine Tastatur? Erst, erst absichern. Ist da jemand? Nein, so jetzt baue ich ab. Nein, mit Fackel absichern. Ja. Mein Gott. Kohle ist nicht richtig. Doch. Ja, okay. Irgendwann wirst du dich beschweren, dass wir keine Kohle mehr haben. Und was ist dann? Holst du rum. Dann gehen wir in die Höhle und holen sie. Oder machen wir halt Kohle sicherer. Nein. Ich wette, der Enderman hat sich teleportiert und ist danach gestorben. Geht das? Ja. Ja. Das machen wir immer. Damit man ihre geilen Sachen nicht bekommt, ey. Ehehe. Nein, du weißt. Jetzt geht es noch tiefer, tiefer und immer besser. K. 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 Das ist schon mal gut, ne? Ja, gut. die die in der letzten Folge der auch ich werde ihn jetzt immer wenn wir den Creeper sehen hast du denn einen gesehen? ich hab keinen Creeper gesehen wir haben sogar einen Lied erfunden ich würde das mal sehen ich hab vergessen ähhhhh ich hab keinen Bock mehr jetzt muss man sein hallo ich kuske das nicht weiter ab achke achke lass mal zurückgehen und dann funktioniert hier das geht nur auf dem Server das geht nur auf dem Server warte nur auf dem Tome.com ne achte wie viel Kohle haben wir? Hallo Tome du bist so dumm wo kommst du jetzt her ey? hm ich bin Meister des Blockens richtig nicht gut ey wollen wir freundlich sein wie viel Kohle haben wir? das sieht aus wie im Gehirn das ist voll Gedärme schreibt mal in die Kommentare Alter habt ihr irgendwie alle jetzt da oben jetzt ehrlich schreibt mal in die Kommentare sind es Gedärme oder ist das ein Gehirn der mal ist das aus dem Gehirn das wahrscheinlich nicht aber egal hier weiter oh ich geht weiter ja ja geil das kann man gleich wieder mitnehmen aber dann geh mal wieder raus und dann ab in die Base und dann ab in die Schmerz ja ja da ging es raus aber dann musst du nach oben Alter ehrlich? ja oh 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 ich muss gleich wieder fossen ich stärke mich nicht hoch das ist Verschwendung oh 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 ja ich bin der Pro in die Ampelrand ja genau jetzt kannst du dich aber hochfrauen nein oh ja ich würde mich hochfrauen sagen oh wir haben noch einen Apfel ich mag einen Apfel Alter was mach ich dazu in der Karte wie wie du hattest essen in der Hand nein nein kommst du drauf ich bin ich bin ich bin der ja ich bin hier nicht geht sicher hoher anbringen ja ich auch mussten was ich will noch nie Nein, jetzt lass mal. Alter, jetzt lass mal. Ich mag. Lass mich. Nein, Alter, jetzt lass mal. Das ist ja gut. Nein. Boah, Alter. Hast du immer... Oh, das ist ein Creeper. Geh doch. Ah, Alter, lass mich doch mal. Du brengst dich doch um, ey. Ja. Natürlich. Ja, guck mal nicht. Die machen doch so arsch wie Damage. Ja. Ja, das heißt, die ganze Zeit für dir, wo müssen wir lang? Weiß es nicht mehr. Warum? Wahrscheinlich. Ach, denn Hexe. Echt? Doch. Ich hab's gesehen. Aber er läuft jetzt nicht zur Hexe. Doch. Entsperrt es fast dauernd. Ich weiß. Alter. Ich will mit dem Creeper die Hexe. Aber er läuft jetzt nicht zur Hexe. Komm her. Los. 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 Vergifte mich. Oh, du scheiß Creeper. Komm doch her. Alter, jetzt verwechseln. Jetzt verwechseln. Ich glaube, ich sterbe. Könnte das sein? Nein, nicht sterben. Ich will nicht, dass du so weißt. Nein, 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 nein. Nein, ich bin tot. Ich bin tot. Ich bin tot. Ich bin tot. Buh. Hä? Bin jetzt tot? Nein, nein. Nein, ich will nicht sterben. Ich will nicht sterben. Nein, nein. Wir kommen jetzt doch irgendein feindlicher Mob. Ich hab gesagt, du sollst nicht so der Hexe lauten. Ja, ich hab gedacht, der Creeper kommt jetzt mal. Aber auf die Wüste. Da ist der Sieg. Da ist die. Du musst den Weg davon. Oh, gut. Okay. Jetzt ehrlich? Ehrlich jetzt? Ja, egal. Dann ist das... Ja, super. Ich hab jetzt... Ich bin gut. Ja, egal. Die Hexe hat sich gekillt. Also, damit ist dann das Projekt, das Ding für das Projekt vorbei. Dann nehmen wir mal demnächst unserem Server auf. Das war sowieso scheiße. Ciao. Das war sowieso. Das war sowieso. Das war sowieso. Das war sowieso. Das war sowieso.